Innovativ ist es, unser neues Gabelsensor-Portfolio. Darunter der weltweit erste Gabelsensor, der die Detektionsprinzipien Ultraschall und Licht in einem Gerät kombiniert. Für die Detektion nicht transparenter Etiketten eignet sich der optische Gabelsensor GS63B. Er wird schnell eingelernt und garantiert aufgrund seiner hohen Schaltfrequenz und geringen Ansprechzeit eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Durch sein kompaktes Slimline-Design kann er zudem direkt an der Spendekante eingebaut werden. Transparente oder teiltransparente Etiketten detektiert unser neuer Gabelsensor IGSU14E mit Ultraschalltechnologie zuverlässig. Er besticht durch seine einfache Bedienung über die Easy-Teach-Funktion, die sich selbstständig beendet, sobald ausreichend Teach-Werte ermittelt wurden. Die Kommunikation mit dem Sensor kann zudem über IO-Link erfolgen. Eine Neuentwicklung von Leutze ist der weltweit erste Gabelsensor, der zwei Detektionsprinzipien in einem Gehäuse kombiniert. Der neue GSX14E ist somit flexibel für alle Etikettentypen einsetzbar, unabhängig von deren Material und Beschaffenheit. Durch die intelligente Easy-Teach-Funktion entscheidet er sich beim Einlernen der Etiketten automatisch für das passende Detektionsprinzip, optisch oder Ultraschall. Die beiden LEDs, Paper für optisch und Clear für Ultraschall, zeigen an, mit welchem Prinzip der Sensor nach dem Teachen arbeitet. Selbst Etiketten aus inhomogenem Cavitated BOPP-Material lassen sich durch das optische Detektionsprinzip sicher erkennen. Unsere Weltneuheit, der innovative Gabelsensor GSX14E, erkennt wirklich alle Arten von Etiketten höchst zuverlässig. Seine Einrichtung und Befestigung sind dabei denkbar einfach und die Kommunikation kann über IO-Link erfolgen. Unser neues umfangreiches Portfolio an Gabelsensoren bietet den genau passenden Funktionsumfang mit unterschiedlichen Detektionsprinzipien, speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Unter leutze.com finden Sie mehr Informationen zu den neuen Gabelsensoren und dem innovativen GSX14E.